So, Atlanta United gegen Dortmund. Und du spielst... Soll ich das jetzt mal nachzuschauen? Du spielst... Manchester City. Na gut, dass ich den noch nicht umbaut hab. Warum hast du es nicht essen können? Stimmt. Oder machst du das andere? Nein, gut schon. Ich spiel es nicht mehr schwarz. Atlanta, die Überraschung, die Sensation dieser Zähne ging einen Titeltrigger an. Ja, das erste Team, das ein Viertelfinale an der nicht-europäischen Mannschaft bestritten hat, könnten sie es auch jetzt ins Halbfinale schaffen. Oh. Oh. Oh, einer. Ja. Na, für mich habe ich die Karte schön gemacht von Thomas hier. Oh. 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 Torheiß! 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 Die haben einen ganz großen Vorteil. Wir jetzt Atlante. Da bald schon nicht nur ein Land von Fels, sondern ein Kontinent von Fels. Los, Etto! 2-0! Ich habe die Überraschung hier. 2-0 in Dortmund, 14 Minuten gespielt. Also bei Al-Hilal hätte ich gesagt sehr vorsichtig, was du da sagst mit Batschen. Aber danke, das ist okay. 2-0 in Dortmund, 14 Minuten gespielt. Oder? So. Das Auswärtstor verhindern wäre schon wichtig, man hat gesehen gegen Rhein-Madrid letzte Runde, das kann dann schon ganz tödlich sein. Boah, stark. Boah, nein. Ach, stark. Was ist dann wieder, wenn man Sorge schaut nicht mehr? Oh, der bleibt stehen. Gott sei Dank. Oh, der ist schon. Oh, der ist schon. Eigentlich jetzt ein bisschen. Oh, der ist schon schön rausgespielt. Das war so teures Treffer Nummer 10. Das war so billig, das war so billig, das war so billig. Ja, komm, stell ihm noch vom Platz dafür. Nein, das war so wichtig. Dann hätte er es damals in der Kabine besucht. Ja, das war so. Thomas. Yes. b 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 b. Atlanta belohnt sich hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Kannst du Bello den Kampflehrer von der Santa? Oh, da hält dich. Oh, da hält dich. Oh, da hält dich. Was ist hier los? Nein. Nein. Ja, Alter. Wir sehen uns in der Kabine. Du wirst kein Match mehr bestreiten können, nachdem ich fertig bin mit dir. Und für Restzau, Alter. Wirklich. Nein. 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 Oh, scheiße. Ach, Gohli. Tor ist dafür Nummer 2. Ja, aber nach dem Angriff kommt meistens ein Konter, Michael. Okay, das kann man dann nicht verhindern irgendwie. Ja. 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 Okay. Okay. Sorry. Sorry. Da will wieder Slank braucht. Ah ja, genau, da habe ich keine Wechselmöglichkeiten mehr. Na gut. Ah, wo ist dann der perfekte Zeitpunkt, den nicht mehr zu machen? Ja, wo ist dann? Oh, der ist ja noch verletzt. Oh, der ist ja noch verletzt. Gut. Aber da wären's gefährlich. spielen wo, spiele ich ihm nicht gefährlich. Das stimmt. Wow. Wegen der Glaufpass verfall ich leider immer wieder ins alte Muster. Einmal geht's da! Oh! Oh! Ruff! Ruff! Aja, dass du nicht gesagt hast, dass du hinzuholst. Uh! Wahrscheinlich sieht das genauso. Nein! Zwei Minuten noch. Bombenvorscher. Vor allem kein Gegendreffer. Das ist Koldrad jetzt. Überhaupt bei dem Spielstand. Das ist Koldrad.